...etwas anderes... ...eines seiner Karriere... ...international nicht mehr dabei... ...so... Dann... ...sagg ich... ...zweitens... In den Kommentaren schreibt ihr die Namen von den beiden Torhütern und ich werde dann eine Karriere machen bei FIFA in der 1. Bundesliga, werde ich da bekämpfen bei HSV und dann irgendwann mal bei Real Madrid oder Barcelona zu spielen. Aber erstmal von der zweiten Mannschaft Torhüter machen mit den Karrieren und ich werde dann schon sehen.